Jetzt geht's los, für die hungrigen und ganz hungrigen. Vielen Dank. Vielen Dank. Aber nicht vor der Kamera, bitte. Ach so. Danke. Schneid mal raus. Aber ich höre doch nicht, dass ich ein Vorwärtsgefühl bin. Das soll dem so sein. Es ist immer wieder besser. So. Man kann ja auch fragen, soll ein Röschendoppel abgeschnitten werden? Das ist ein Röschendoppel. Pappwürstchen haben Sie auch. Sicher. Alles da. Gute Laune. Das ist die Hauptstadt. Das sehen Sie. Können Sie mir da wieder versorgen. Wie war gestern bei Ihnen das Wetter hier auch ziemlich heftig? Ja, sehr. Ich habe das Gefühl, bei uns im König. Ich habe was reingesetzt, mit Lutu. Also, ich hätte nicht gedacht, dass das hier so heftig ist. Das ist wirklich eine Eislinie. Die ist vom Wollabergat. Habt ihr gar nicht gesehen? Aber sie ist auf der Kamera. Oh. Muss ich die Tüfe einspannen. So, siehst du? So ist das. Bis zum nächsten Ende waschen, wieder Brötchen schneiden. Ja. Hier geht das alles. Die Leute sehen alles. Immer aufpassen. So, wie wir die Lange haben haben. Ach, kommen wir das schneiden. Wenn es da ist, ist geprüft, auf den Volksschattenaufschneider. Ja, ist geprüft, der Volksschattenaufschneider benenkt. Der Hund ist wohl echt ein ganz kaltes Wasser. Und es ist ein ganz kaltes Wasser geworden. Oh, genau. Ja, ich habe es auch gemacht. Ja, ich habe es auch gemacht. Ja. Ich habe es auch09. Vielen Dank.